Hey. Äh, was? Ja gut. Ah, komm. Meine Bahn kommt gleich. Mache da. Äh. So, Lord Gain. Gucken wir mal, wie das Level hier wird. Ob wir auch so viele gehalten, ultra-gemeine Secrets sind. Oh, ich hab dich da gelocken. Okay. Ah, zwei Secrets gibt's noch. Na gut. Das ist ja schon wieder wie ne Sucht, das ist ein Sequels hier. Das Problem ist, durch Doom vor Doom bin ich so daran gewöhnt, um jeden Preis alles Sequels zu finden. Ist schon wie so ne Volkskrankheit einfach. Oh ja. Sieht nicht schlecht aus. Gut, ich hätte es hier ein bisschen reingesetzt, sodass es ein bisschen tiefer wirkt. Dass es hier genau gleich auf der Kante ist. Bisschen unrealistisch. Genauso wie auf dem Boden. Hätte ich eben wieder ein bisschen höher gemacht, wenn sie so rausgelaufen wäre. Wer hätte ich es höher gemacht? Oder aber wenn ja auch praktisch einfach nur der Brunnen weggeplatzt sein sollte, dann ein bisschen runter. Na egal. Uah. Was tue ich hier? Ich sollte doch mal auf Gegner achten und nicht nur auf, hier äh, Secrets. Das ist ein Secret. Nein. Secrets! Nur Secrets! Victoria's Secret! Woolakaatle! Woolakaatle! Ch fall. Woolakaatle! Merkbaratle! Woolakaatle! Wurrbach, was universities threshold? Woher ist es? Wurrbach? Bitte? So gefällt es mir schon viel mehr. Oh, hier geht es auch wieder hoch hinaus. Gehen wir erstmal hier rein? Ja, doch. Was war das? Oh, nichts Gesundes. Ich bin betroffen. Schon wieder eine Pistole verschwendet. Hä, ich habe doch gerade... Hä? Ich habe gerade auf den Nachladen gedrückt und der Weg wird einfach gewackelt. Das sollte mir langsam aber sicher mal eine neue Maus versorgen. Oder ich habe ja gleich die Möglichkeit rumliegen, aber eben, muss man mal auswechseln. Ich will ein Secret. Gut, erstmal suchen wir hier, oder? Das sieht ja aus wie... Achso, das kommt man da raus. Ist ja auch interessant. Vielleicht ist es ja so ganz viel gut. Ich auch nicht mehr. Oh. Entschuldigung. Das Problem ist, der Bastard hier ist ein scheiß Plasma. Fuh. Und Plasma ist nicht gesund. Nicht für mich. Dann kriege ich... Was? Was machst du da? Dann kriegt man nämlich Schaden, auch wenn er eigentlich zu mir gehört, kriege ich trotzdem Schaden, wenn er mit der Plasma rumschießt und mich dabei auch mit in deinem Fadenkreuz aufnimmt. Ja, nicht sehr gesund. Aber gut. So, was muss ich jetzt hier machen? Dann muss ich jetzt hochreißen, stell dir drücken und dann wird schnell wieder runter rennen, oder was? Hä? Ich habe gerade Sput, hast du getrieben. Ah, das ist doch hier sowas von ein Secret. Ihr verarscht mich doch, hier sind garantiert überall Secrets. Jetzt wäre da um es bloß eine Täuschung. In Bewusstlichkeit gibt es ja einfach alle 9000. Oh, ich komme nicht durch. Na komm, geh runter. Jetzt drücken und ich kann nicht schnell rausrennen. Nooo. Warte mal. Puh. Ah, findet gut. Wo kommst du? Was machst du da hinten? Gürgner! Die Tür geht gleich zu. Arschloch. Äh, nein. Okay. Ich führe Pinkies. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war auch so scheiße. Ernsthaft? Naja, falsche Wache. Ich brauche eine andere Wache. Oder die hier. Nein, auch nicht. Welche denn? Oh, alter. Oh, leck mich doch. Hm. Mann, ich freck's mir langgang. Die hier. Der will. Da komm. Meine Güte. Alter, Junge, ich freck mich nicht so. Ich hätte dich übrigens gerade gebrauchen können. Weißt du das? Arschloch. Fotzer. Kann ich dich eigentlich irgendwie einfach reinlocken hier? Oh, ich bin da. Kann ich dich nicht irgendwie zu mir locken? Äh. Äh. Ey, der taucht nicht auf. Der kommt nicht. Normalerweise ist es so, wenn man sich weit genug von denen entfernt, dann teleportieren die sich zu einem. Aber der kommt uns hier gar nicht. Äh, nein. Erlebt mich doch. Arschloch. Nitterkupan. Jetzt ist er da, wo ich am meisten gebrauchen könnte. Mit diesen scheiß Pinkies. Ja, da lässt er mich natürlich wieder alleine. Nur, weil er sich da oben festbackt. Scheiß Bastard, Alter. Jetzt habe ich mich mit diesen scheiß Pinkies rumschlagen. Och, Mann, Alter. Ernsthaft? Ich reiß lecker. Langsam, ne? Da ist hier aber Alarm Skurl. Oh, mal meine hier. Das hätte ich richtig ausgetrickst. Wer hat denn die erste Plasmawaffe gehabt? Das geht nicht. Kann ich vergessen. Das geht doch. Ah, nein. Bleib da, bleib da, bleib da drinne. Los, geht zu. Perfekt. Jawoll. Geh doch. Ach so. Das mach halt auf die Kacke hier. So, du mein Darling, kommst jetzt mit. Kommst du? Geh doch. Alles weg. Ich wüsste ja gerne, von wo die Pinkies kommen. Ach, die spawnen ja einfach. Alter, leck mich doch. Ja, mach doch mal was. Na ja, ich bin hier so gut weiter. Das ist doch nicht normal, ey. Da geht der erste mit den Pinkies spazieren. Ich heiße die Typen so sehr. Okay. Gut, machen wir anders. Ja, das klappt. Junge! Kommt mal her, komm mal her. Und jetzt, du machst dir jetzt Platz. Hallo? Junge, brauchst du noch mal einladen? Was wirst du überhaupt? Ich glaubst du euch. Alter, das ist doch nicht normal, ja. Wo ist der jetzt hin? Da ist er doch. Oh, komm, stirb. Danke, danke, dass ihr mich erlöst habt. Danke. Zum ersten Mal glaube ich, die Pinkies mögen mich. Ich stehe hier. Vor mir ist das Ding und die können mich trotzdem beißen? Jetzt bin nicht alle offen. Das ist mir sowas von egal. Das ist mir sowas von egal. Das ist mir sowas von egal. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt hab ich Schaden bekommen, weil er direkt vorgestanden und befeuert hat. Das ist nicht mehr normal, Alter. Kann man den nicht einfach umbringen? Was machst du jetzt da oben? Er lebt einfach immer noch. Fadster. Ich kann ihm natürlich keinen Schaden zufügen. Gut. Ich habe deine Rückseite. Ja, danke. Ich habe ihn einfach nicht. Ich habe ihn einfach nicht. Hallo? Das ist mir noch nicht. Das ist mir noch nicht, ja? Junge! Danke! Wichsen, Alter. Er hat immerhin eingeschafft. Neuer Rekord hier. Wage es hier zu schießen. Du bleibst es genau hier stehen. Ah ja. Da muss ich wieder hochrennen. Ist das behindert, Alter. Ist das behindert. Also, ernsthaft. Das ist mir in meiner Laufbahn als Protolubenspieler echt noch nie passiert, dass der einfach wirklich umzingelt von fünf Pinkies ist und einfach nichts tut. Der hat wohl die Leidens am Gassi gehen nicht gefunden oder so. Mann, er hat sich wieder genug. Habe ich eine Plasma-Waffe? Ja, habe ich. Bei den Imps, das ist immer eine Verschwendung. Aber ich glaube, bei den Pinkies werde ich jetzt immer die hier einsetzen. Und das ist... Es wird einfach zu viel. Irgendwann. Äh, nein. Das da. Was? 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 ok hier ist doch direkt da oben für was brauche ich die? hier komme ich nicht durch ok, dafür brauche ich sie jetzt natürlich, das macht Sinn oh, ernsthaft? ich könnte mal auf die idee pikis hinzusetzen oh, ok, ach, hier geht's rein ah, macht der Tor hallo? ja, das ist so jetzt haben wir erstmal, dass wir aktiv eine plasmapherinsätze fällt mir grad auf wow ich sehe, hier ist überall rauch Leute, ich dachte, das rauch ist verboten es sieht optisch schon echt geil aus gut, ich meine, dass jetzt hier diese extrem harte kante zwischen absolut grün und absolut rot ist natürlich ein bisschen übertrieben vor allem, wenn da Feuer ist damit es an der stelle heller wäre es sieht aber so aus, dass es dunkler wird aber gut 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 gut, hier liegt ja relativ viel Schrotmonexion das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal Waffen checken gut, die ist geladen ist auch geladen ist auch geladen auch geladen ok gut, dann werde ich erstmal die hier benutzen da schon mal eine Tür siehst du sie geladen? ja ja ich habe nur einen einzigen ich glaube ach ja, war ja in dem achterletz der war ja gestern wo ich schon die zweite eingebaut hatte ich habe nur noch das ist ja ja das ist ja ja ich habe auch ja 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 leck mich was habe ich jetzt gerade gemacht das ist der schalter ja schon wieder die man mit schalter öffnen kann eine trauerfeier ist das hier doch noch viele gegner die tür wieder zu ja klar leckt mich doch am arsch ich kriege natürlich die tür auf alter ernsthaft jetzt ihr wollt mich doch alle anal das treuen mach mal die tür auf hahahaha voll arbeiten ihr idiosen ihr klein durchgebrüben vögler noch einer arschloch hat damit absicht gemacht habe ich genau gesehen ah ja da kann ja selber die raufmachen nein oh alter ist doch ist ja mir ist das hier aber ein bisschen es ist übertrieben es ist schon ein bisschen ansatz davon absolute übertreibung also man merkt es irgendwie im nachgeschmack und hat so ja wenn man so aufstöße merkt man genau okay da ist kein knoblauch dran da ist etwas wie überstrapazierung gewisser nerven jetzt kommt macht auf ja hallo fikt euch ernsthaft langsam kriegt ne macke ich kriege ich noch ne macke so muss ich aufpassen von mir die ganzen pikis hier was kommt denn da alles kommt ja alles und noch mehr egal wie ist denn warum warum die nämlich ich bin doch wieder verwendbar schon unsichtbar Seht ihr, das ist genau so, was ich meine. Mal funktioniert es wunderbar, so wie letztens, mal bei der vorigen Map oder so. Ja, und hier funktioniert es gar nicht. Also, es ist... Keine Ahnung, was ich mich dabei denke. Schon wieder ein Secret. Oh. Ist auch ein Secret hier, oder? Bitte sei keine Falle. Na, das war das Verschwendung. Kommen wir auch nicht rein. Also, kommen wir unter hier. Ist das traurig. Oh. Ah. Der Teleporter. Leck mich. Oha. Oha. Ah. Ne? Oh, alter. Yellow Key Card, Blue Key Card. Scheiße, ich bin glipft. Ich dachte, ich komme noch locker rauf. Ich will wieder alles nochmal machen. Ich gehe jetzt mit dir in Stellung. Perfekt, das war gut. Hier war der Dude und mehr war hier nicht. Der Schalter, genau, die Karte. Gut, dann geh ich mal zurück. Achso. Und jetzt? Ich muss ja wieder hier hin. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ach, von der Seite kann man es allgemein öffnen. Das ist ja unfair. Gut, ich wollte noch ein bisschen Munition. Ist hier noch was? Ne, ne? Ah doch, da ist noch ein bisschen. Ah doch, geht. Kann man machen, muss man aber nicht. Hier war nichts mehr. Ne. Okay. Dann gehen wir mal wieder hoch hier. Ist hier noch ein Secret? Irgendwie. Nein. Oh. Hä? Hä? Ach so. Ah ja, ich bin ja auch voll idiot. Ist hier gar nicht vom Feuer rot gemacht, sondern hier ist auch wieder die Wand. Eingebrochen. Ja, da ist ein bisschen was eingebrochen. Da kommen wir runter. Ab nach Hause. Ist mir zu ungemütlich. Danke. Ach nö, jetzt müssen wir wieder durch die... Ernsthaft? Gibt es so viel Geheimweg? Ich soll jetzt nicht euer Ernst. Nein. Nein. Auch falsch. Äh, okay. Kommen wir hier noch weiter rein? Auf jeden Fall bin ich hier falsch. Das war Definition Secret. Alter, ich hasse sowas. Da war eine Tür. Da war eine Tür. Und ich merke das nicht mal. Also, ich merke es schon. Klar, ich habe es ja gesehen. Aber, dass man doch mal durchgehen könnte. So, erstmal will ich wissen, was hier für ein Secret ist. Nee. Wow. Oh, ernsthaft jetzt? Aber ich weiß, dass wo das Secret ist. Man hat nämlich gerade gesehen, die eine Wand da, die eine Textur ging ein bisschen runter. Also langsam ist das hier alles ein bisschen Kordermeldsch. Da seht ihr, die Texte sind gleich. Aber, da hinten geht es runter. Das heißt, also da ist wahrscheinlich die Texte. Das Secret. Mal speichern. Auch nicht. Ah, mit dem ich schieße. Lol. Ähm. Oh, ernsthaft? Ich habe langsam viel Bock mehr. Ich meine, schön, dass wir das Secret jetzt gefunden haben. Aber ich habe natürlich wieder jetzt mal dafür, dass wir es gefunden haben, jetzt mal eben abgezogen bekommen. Das heißt, es sind 24%. Das ist schon traurig. So, doch die Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Also, wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt den Blau und den Roten mittlerweile. Achso. Es war letztendlich. fool. Ah, ja. Ich bin immer wieder. Oh. Oh, I got... Oh, Alter, Leute, mal hier stehen. Ernsthaft? Oh, Alter. Einfach bloß eine Powerfire. Oh, Alter, wo kommt ihr nicht mal? Wollt ihr mich zerarschen? Oh, ernsthaft, Leute. Mann, nee. Nee, du, das ist hier echt ein Powerfire. Ja, das hier ist aber schön. Das ist ja. Das ist in hier. Oh, Alter, Alter. Also, ich will nicht runterspringen. Was ist das jetzt? Okay. Ah! Oh nein! Kein Kommentar! Oh! Warte mal, jetzt kurz. Wie viel hatten wir noch? Wow, hat sich gar nicht gelohnt. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, ich sollte mal etwas verspeichern. Oh! Oh! So, jetzt dran denken, noch nicht das Magazin nehmen. Ah! So! Gut! Kommt! Oh! Oh Leute! Oh! 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 Ist das mal gut? Was hat der Schalter jetzt gebracht? Achso, ist ein Zeitschalter. Wow. Achso, ah, okay. Alter, ernsthaft? Wie kommt denn auf so eine Idee? So, jetzt haben wir die gelbe Karte auch noch. Was können wir damit machen? Achja, halt, hier, äh, da. Hier wäre was mit dem Schalter. Was auch immer, wie, wie, wie komm ich da jetzt rüber? Ja, war das doch nicht mal falsch. Auch nicht. Kann man überhaupt drauf? Ich spring jetzt einfach hin. Tronimo! Tronimo! Kronimo! Hä? Hooh! Hä? Wie kriegt man diese, wie, 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 wie kommt man da rüber? bin ich jetzt kunstbehindert oder ist doch nicht mehr normal hier der knopf war ja hier war eine tür ja leck mich doch was ein zirkus hier gut dann nehme ich erstmal die komische 20er schachtel da wo auch immer die war war er hier oder er ist noch offen da komm willst du dich nehmen wir gleich mal mit dir danke da krieg der asthma so hier ist natürlich keine sequels schade eigentlich was ist das was kommt da jetzt wir sind gewappnet aber mach einer mal los mal los sekels gibt es auch keine jetzt ruhig mal ein paar sekels verstecken können Warum? Warum? Wir sind doch blind. Äh. Ich hätte erst aus dem runterfahren lassen sollen und dann mir die Pferde nehmen sollen. Oh Gott, wie der schaltert. Wäre auch zu einfach gewesen. War irgendwo grad was? Nö. Ah, gut. Okay. Hä? Da hat sich grad irgendwas geöffnet, aber... Hä? Oh lol. Alter, ernsthaft jetzt? Was zum Scheiß, ey? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Letztensens wären wir nicht gleich abgeschossen. Also schon mal... Lügig. Schau was auch.